Willkommen zurück bei Far Cry Primal In der letzten Folge dann doch noch irgendwie hier den Außenposten eingenommen, das war haarscharf, sauknapp beim zweiten Mal, beim ersten Mal haben sie mich leider erwischt auch beim zweiten Mal dann irgendwie Ach Gott sei Dank, wo gehörst du uns? halt Alarm ausgelöst, es war nicht so einfach hätte man mit Sicherheit besser anstellen können aber wo will ich eigentlich hin? Ich will hier war doch noch Achso, das ist das hier drüben, genau dieser Ursprung hier hoch, zu ihm, zu Karosch der Krieger da würde ich gern hin, da müssen wir Richtung Norden also in die Richtung oder Richtung Berge sieht das gut aus? ja, so ungefähr da zwischen die beiden Bergspitzen da so in die Richtung müssen wir und dann legen wir los was haben wir denn hier? wieder so ein Purpurblatt müsste das sein, ne? Südpurpur, genau da können wir mal schauen, ob wir nicht irgendwann dann auch in der Höhle da nochmal was upgraden können sieht gerade nicht so aus, aber die anderen sind ja auch da mit denen müssen wir erstmal alle reden ich glaube, wenn wir in der Heimat ankommt dann gibt es da erstmal einiges zu tun jetzt aber erstmal hier weiter, Richtung Norden den letzten holen wir uns auch noch ran, bevor wir wieder zurückkehren ich glaube bisher geht es noch ganz gut ohne Schnellreise wie gesagt, mal schauen wie das dann wird im späteren Spielverlauf noch achso ach ja okay, die Aufgaben, die wir irgendwann mal angenommen haben die bleiben auch wir sind in der Nähe ach komm, dann machen wir das noch fix so fix wie der Außenposten aus der letzten Folge das müsste da drüben sein ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, hier einfach durchzuschwimmen dass wir das ganze Blut abwaschen irgendwo in die Richtung, ne? das machen wir noch da bekommen wir nochmal einen Fähigkeitspunkt und haben wir denn noch welche? ne? null schade drei Pfeile, eigentlich will ich noch herstellen es mangelt gerade wirklich an vielem Fleisch haben wir, ach Gott sei Dank, dreimal Fleisch na, immerhin schilf, aber grünblatt nehmen wir auch nochmal mit Daumenholz ja so, das hier noch und dann erstmal dorthin ein Lagerfeuer entdeckt hier oben irgendwo ach hier unten ach genau, wir finden doch jetzt doppelt so viel Holz war das nicht so? hatten wir glaube ich schon erlernt so, wieder runter zum Fluss und da müssen wir irgendwo jemanden töten was haben wir hier? ah, ok töte ihren Anführer und durchsuche seine Leiche heimliches Vorgehen, ok erreiche den Ort wohin? da irgendwo hin? ein führer ausgeschaltet, 0 von 1 ok 1, 2, 3 4 4 4 sehe ich gerade da einer, da einer, da hinten einer, da einer ne, 5 und hier vorn der eine, den können wir direkt mal mitnehmen wieso habe ich denn schon wieder keine Pfeile? achso, ich habe keine hergestellt wo? ok, ich habe gedacht, das wäre noch lautlos mit ihm hier ach, ich habe auch scheiße ok, das machen wir nochmal lass mich jetzt mal sterben ne, so nicht so nicht das ist nämlich echt ein bisschen übel so man, hatte ich Holz gesammelt, aber keine Pfeile hergestellt das ist auch gut ah, das ist das neue Holz Süd, irgendwas Süd, Ahorn oder so wir müssen dann auch mal das hier erlernen das ist jetzt eigentlich oh, wir haben schon wieder einen Punkt brauche ich aber drei für zwei Pfeile auf einmal herstellen aber nur das gleiche Material verwenden so da kommen sie wieder alle ich weiß halt nicht ob das klappt mit einem Takedown hier oder ob die mich mitkriegen wahrscheinlich schon aber ich probiere das jetzt einfach mal hat er mich schon wieder mitgekriegt ein Krokodil nein, lass mich lass mich rüber, lass mich rüber A drücken, wo ist ein A? hier links was? was? Krummel ganz schön nachlässig zur Zeit ich muss mal eine Aufnahmepause machen das ist jetzt glaube ich die zehnte Folge in Folge, die ich hier aufnehme Mist, okay nochmal Bonus unentdeckt bleiben das wäre halt super der Anführer, der hampelt da in der Mitte rum egal wen ich oder wenn ich da hingehen würde einer würde es auf jeden Fall mitbekommen dann nehmen wir uns erstmal die Leute hier hinten vor wo da hinten wackelt noch einer rum der da hinten hat was spitz gekriegt shit ach komm alter drei Pfeile ficken scheiße oh fuck ey das geht schnell scheiß Dreck okay sammel also wenn die nicht direkt tot sind die Sache sowas von erledigt zumindest mit dem unentdeckt bleiben und dann ist ja immer noch schwierig überhaupt gegen die ganzen Leute anzukommen ich muss halt bloß so viel ausschalten dass ich ohne Problem mit den Anführer klar machen kann also ausschalten kann so das haben wir schon mal gut drauf ich weiß nicht ob die hier unten mich mitbekommt oh mein Süßpoporblatt die ist doch hier vorn da ich müsste vielleicht warten bis die wieder zurück geht da ist wieder einer reagiert da drauf? nee jetzt 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 kommt hier noch so ein Tier ja theoretisch nur noch den rechten dann könnte ich den in der Mitte schon weghauen die beiden vorne das gar nicht mitbekommen und mein Zeug her danke danke ja jetzt 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 wieder was auf dem Kopf maul die davon drehen sich also auch immer mal rum dann würde ich mir direkt den Anführer schnappen der checkt das sowieso nicht aber der da von links der schaut halt gerade in die Richtung der da von rechts nicht der von links der muss erstmal wieder Richtung Fluss gucken ich hoffe die wechseln sich nicht ab das ist der linke ok jetzt ist er dran da habe ich mich denn nicht bei der Fackel ok aus dem Gebiet entkommen oder die anderen töten töten wir natürlich noch es sollte nur noch unentdeckt bleiben es dürften ja wirklich bloß noch die beiden sein ich hoffe dass hier nicht noch irgendwo eine Patrouille unterwegs ist der schaut auch immer Richtung See ne der macht nichts anderes schade dass man sich nicht so hin also richtig auf den Bauch legen kann Gott sei dank ok nur noch der eine da muss ich noch ein stück näher ran ja jetzt hat wieder sowas auf dem Kopf ok da versuchen wir es nochmal mit einem Takedown jetzt guckt der hier rüber nein fick dein Maul ach schade ja gut hat es nicht geklappt mit dem unentdeckt bleiben nicht so schlimm dafür hat es jetzt ganz gut im allgemeinen geklappt schade hätte echt eine menge Bonus EP gegeben fuck wo ist er denn hier gib mal den Speer wieder her kriege ich den wieder? nö ach so ich müsste erst das erlernen und erst das ach so das teilt sich hier oben habe ich gar nicht gesehen was ist denn das? Gegner zu markieren funktioniert bei Keulenbögen und Sperren das muss ich erst machen verdammt das ist so ein Scheiß das möchte ich eigentlich nicht machen hier Rohstoffe mit dem Jägerblick will ich nicht da entscheide ich mich später nochmal für na gut dann gehen wir jetzt mal langsam Richtung Norden da war ja vorhin noch ein Krokodil ne vielleicht sehen wir noch mal irgendwo eins hier war das jemand von uns? hier rannte gerade jemand fort naja jetzt habe ich gerade leicht die Orientierung verloren gut immer noch die Richtung gut immer noch die Richtung hier irgendjemand macht hier Lärm ok ihr habt die Leute schon erlegt sehr gut gemacht erst ein nice ach genau können wir denn hier irgendwas mal machen was haben wir denn hier? Sperrgürtel guck mal drei Wolfswelle können wir mehr Sperre tragen können wir zwei tragen was ist denn das hier? Steinsplitter kann ich die schon herstellen? Moment was ist denn das? Keulengürtel können wir dann zwei Keulen tragen und eine zweihändige Keule? eine einhändige und eine zweihändige Keule? kann ich schon Steinsplitter machen? ne geht wahrscheinlich erst wenn wir seine Hütte aufgebaut haben zweihändige Keule das ist ja auch nicht verkehrt herrlich schöner Ausblick das Wasser gefällt mir eigentlich auch ganz gut so lebt hier noch jemand hier sind wir ja schon mal drüber als wir den Bären gefolgt sind war das doch war das? ne das war nicht hier oder? war das hier? hm weiß ich nicht ist hier noch jemand? ach so das ja alles klar ich Idiot das ist das Lager was mich so ein bisschen fertig gemacht hat ne ja genau ach ne Schildkröte ach ach noch eine haha vergriechen sie sich ich hoffe wir brauchen nichts von denen schön geschaffen ich mag Schildkröten die gefallen mir eigentlich na gut weiter gehts gut noch das Schilf mitgenommen und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter ich bedanke mich fürs Zusehen schönen Tag noch und haut rein bis zum nächsten Mal Ciao